Fuck. Jetzt, ich wollte da voll taktisch rein, ach Mensch. Weg, weg, weg. Bist du gerissen? Viel Vergnügen damit. Hä. Fuck. Jetzt wirst du sterben. Du kannst mir nicht entkommen. Ah, Mist. Ah, ich hätte zwölf ihn dir mal angucken. Okay. Ihr geht jetzt besser. Ja, ja, ich wollte dir. Boah, die läuft nicht so, ne? Danke. So. So, Brief der Erwendung zum Garnier und zwei Weidermännern beliebt. Äh, okay. Hier ist ein Totemann. Oh. Ja, ist euer, ist euer Tod, ne? Und bemerkt es selbst, ne? Das ist keine gute Idee, es nicht anzugreifen. Ah, da, ich bin ja mal die Massenmörder. Ja, wir haben keinen durch den Menschen umgebracht wie dem hier. Also wirklich, das ist ja wirklich schon, äh, rekordverdächtig. Okay, komm. So. Und da aufhört keiner. Hä? Geil. Keiner hört auf ihn. Also nicht. Keine Ahnung. Ich wundere, es ist damals ab 16 durchgegangen ist, das Spiel. Also. Ja, wenn wir denkt, was holt es da, so ab 18. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Du. Glaubt ihr mich abschütteln zu können? Null. Ey, ich hätte hier... Wenn ich dich hätte abschütteln wollen, ne? Wird weggerannt. Idiot. So. Sehr gut. Und das nächste Ding. Zu helfen und zu heilen. Ah, ja. So. Oh, jetzt sehen wir hier jetzt auch noch was. Siehste. Und was fängt das so... Was, wenn ich's nochmal tue? Ich will's, was willst du machen? Mich umbringen? Kannst du nämlich nicht. Geht her, Garnier von Gablus ist ein guter Mann. Er möchte euch helfen. Könnt ihr einfach nur zu entdehren? Er hat einen Eid geschworen, zu helfen und zu heilen. Ein Versprechen, dass er nicht brechen wird. Schon bald, meine Freunde. Schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld. Wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber ein guter Ding braucht Meile. Okay. Ja, der Arzt, der wird jetzt von mir, äh... Hört auf mir zu folgen. Oh. Verpiss dich. Verpiss dich. Ja, mir auch egal. Verreck. Oh, die da. Gnade, 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 tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverbundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich... Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen. Ich wünschte, ich könnte. Er wünscht, er könnte. Stehen aufs Dach. Sonst, äh... Schöpft der Herr noch Verdacht. So, äh... Nur ein paar Münzen, bitte. Und nur das nicht mehr. Und Schüss. Ja, da kam einer geflogen. Jetzt. Jetzt. Haben wir sich nicht festgehalten? Ja, okay. Wow. Oh, wow. 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 Und Schiss. Ach der Hund ist ja jemand mit Dieb und so. Ach komm. Ach komm. alle Aussichtspunkte im Ahrer von Akon erklommen im Armviertel das im Armviertel von Akon erklommen sehr schön so wird ja wir haben alle alle Dinger dann würde ich sagen Prozent wo ist das ja Attentat oder das machen wir auch kurz Bürger retten dann ist das irgendwie auch fertig und runter ey was macht dieser Naga und dann holen wir unser Attentatsziel und dann äh gehen wir zurück zu äh heißen der äh nicht zu allem oder leben sondern zu unserem äh hier Informanten nehmen von mal hier unseren äh Boss hey du dreckiger dir kommt wie bekannt Vorsicht jetzt ich halte dein Kopf und zack schön im Bauch rein schön abstechen na komm ich strecke dich nieder äh das hab ich dann ich mach es doch Mist sag ouch 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 gut nix nix so okay jetzt hätten wir gut dann haben wir alles fertig und wir haben alle Attentatsziele wir haben alle Atten ja genau wir haben alle Bürger gerettet alle Dinger da müssen wir jetzt noch Informationen sammeln ah genau er ist hier unser Freund so 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 seit die Kreuzräter die Belagerung begangen ich kann euch wertvolle Informationen geben naja naja gut dann haben wir die nächste Flagge jeje ok ich gehöre mich um ein Ziel auch noch ne Flagge nice los Oh, tschaut. Was macht ihr da? Zack. Ich hab da oben. Nein. Geh. Geh weg. Puh. Shit. Sehr gut. Nice. Sie haben es geschafft. Okay, war ja easy. Dann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören. Wenn ich die Steuerung mal begreife. Was hast du getan? Wer ist tot? Och, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitalita, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Genau das hab ich vor. Danke. Niemand darf den Fetzen betreten außer den Gelehrten und den Wachen. Ah, Gelehrte. Nein. Massiert. Junge, ich will deine Scheiß-Hilfe auch nicht. Das sind die blöden Flossen von mir. Ja, danke. So. Äh. Bapp, 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 bapp. Genau, noch einer. Da gibt's übrigens nichts für. Also, wenn man das gesammelt hat. Also, wenn man sich die Arbeit macht, da gibt's nichts für. Das hat... Jetzt hab ich mal geguckt, da gibt's nichts für. Es gab schon einige, die das aus Versehen oder gemacht haben, weil sie gefreut haben, dass es irgendwas dafür gibt. Nee, außer dass du halt fertig bist oder halt dann 100% hast, okay. Wenn das dann eine Motivation ist, dann bringt das schon was, aber wir machen ja keinen 100% Run. Also, auch wenn ich sag, ich will das Game ein bisschen aus... Das ausdehnen. Ähm, ne, ein bisschen do, ne, wie wir's jetzt machen. Ein bisschen hier da was machen, hier was machen. Ich will natürlich das auch nicht übertreiben. Hier dürfte ich hier sein. Geht. Wo waren der? Ich bin arm, krank und hungrig. Aber nicht so krank, dass du nicht rumlaufen kannst und alle Leute auf den Sack gehen kannst. Sehr schön. So, äh, okay. Verbindungsmann. Ja, vor allem auch Verbindungsmann. Genau. Nicht Boss. Äh, Verbindungsmann. Wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Danke. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Alter, ihr. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Sehr schön. Garnier vergisst die Welt um sich herum, wenn er seine Patienten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Okay. Checkpoint erreicht. Okay, Leute. Wir holen uns um uns in Mezcal. Undsack. Und zack. Ja, 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 doch. Du willst mir nicht helfen, wenn ich mich verletze. Ich hasse verstanden. Im Gegenzug helfe ich dir auch nicht, insofern sind wir dann hoffentlich quitt. So. Jeder hat einen Grund. So. Na, die schon. Was tut dieser Teile? Nein, 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 nein. Ah, jetzt ist der Spaßtiger. Schätze. Nein. Nein. Vielleicht kann ich hier aus rein. Ich hab kein Geld. Der hat's Maul. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Sehr gut. So, und da oben ist auch einer. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Minuten, bitte. Ich flehe euch an, Herr. Ich will euch noch so, mein Fahrt, seine Wünschen. Ich flehe euch an, Herr. Ich will euch noch so, mein Fahrt, seine Wünschen. Halt! Ihr dürft nicht passieren. So. 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 sehr gut wieder drin nein, hilfe! helft mir! helft mir, bitte! wir müssen mir helfen genug mein sohn! ich warte euch den patienten zu holen nicht ihn zu töten na na, alles wird wieder gut gebt mir eure hand rührt mich nicht an nie wieder überwindet eure furcht sonst kann ich nicht helfen mir helfen so wie ihr den anderen halt ihr habt ihnen die seelen geraubt ich hab's gesehen aber meine nicht nein, meine kriegt ihr nicht reist euch zusammen glaubt ihr, das gefällt mir glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? aber ihr lasst mir keine Wahl jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb alles nur Lug und Trug er wird nicht ruhen bevor sich alle vor ihm beugen das hättet ihr besser nicht getan bringt ihn in sein Quartier ich folge euch, wenn ich hier fertig bin ich bleibe nicht hier ich werde wieder entfliehen nein, wohl kaum brecht ihm die Beine alle beide Scheiße Alter Mist, da kommen wir nicht rein ach du kacke ich muss irgendwie jetzt erstmal hier hin und beobachte das ist ja echt ein kranker bastard der arzt verdammt da ist wieder so einer warten wie habt ihr das geschafft ich schulde euch mein leben ich stehe zu euren dienst danke danke für meine befreien dank euch dass ich durfte jetzt scheiße weg da ja gott oh nein 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 scheiße na tschüss Onkel Doktor machen wir es so ich werde jetzt Frieden finden nicht der renklose Schlaf ruft da mehr aber bevor ich meine Augen schließe muss ich wissen was wird aus meinen Kindern ihr meint die Leute die ihr in grausamen Experimenten quält sie werden frei sein und heimkehren können heim welches heil die Freudenhäuser die Gosse die Kerker woraus sie geholt wurden ihr habt sie gegen ihren Willen geholt ja was von ihrem Willen noch übrig war seid ihr wirklich so naiv lasst ihr einem Kind jeden Wunsch nur weil es weint Vater ich möchte mit dem Feuer spielen was würdet ihr sagen wie du wünschst aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen es sind keine Kinder sondern ausgewachsene Männer und Frauen körperlich vielleicht aber nicht im Geiste und es ist das Leiden das ich heilen wollte ich gestehe ohne das Artefakt welches ihr uns gestohlen habt komme ich nur schwer voran aber es gibt Kräuter Mixturen und Elixiere meine Wachen sind der Beweis auch sie waren dem Wahnverfahren bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihre Umnachtung befreite und nach meinem Tod werden sie wieder toll ihr glaubt wahrlich ihm zu helfen? ich glaube es nicht nur ich weiß es sogar Abonnieren Schüttel runter runter Mist Mist es ist keine Wache sehr gut und hier leise rausgekommen es erfolgt mich keiner geil muss ich nur noch muss ich nur noch nach Hause kommen okay sehr schön alter Schwede aber wie er echt dachte dass er die heilen kann die Leute mit seinen Methoden besser gesagt und jetzt wenn sie keinen eigenen Willen mehr haben oder äh aus Grund dann sind seine Methoden nicht gerade die die dabei helfen so ja komm oder genau okay wir haben es Gott sei Dank nice wir haben es geschafft was gibt es alter hier Garnier ist tot dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück da ist noch etwas dann sprecht oder muss ich eure Gedanken lesen was denkt ihr was er von diesen Leuten wollte warum er mit ihnen experimentierte so wie er es tat ihr sollt handeln nicht Fragen stellen alter ihr ganz gleich was er tat oder weshalb nur sein Tod zählt aber Garnier schien zu glauben diesen Menschen zu helfen ist es das was ihr sagt nein ich sag keinen Ort der Heilung sondern der Qual welchen Sinn hat dann dieses Gespräch ich ich weiß nicht vergesst es einfach das habe ich bereits Spule vorzuaktuelleren Gedächtnis abschnecken sehr schön zurück zu allem RLM das ist die wohl eliminiert ok kann man eigentlich auch gleich nach kann man aber erst mal die anderen killen und dann nach Massiaf warte mal geht das und sich beide erstmal holt weil dann könnte man mit einem Abfasch machen oder war es jetzt ist es jetzt doof gewesen mal gucken dann kommen wir gleich nach Jerusalem weil er ist nämlich gerade auf der anderen Ecke dann ist ok mal gucken vielleicht geht es ich wollte nämlich jetzt eigentlich nach Jerusalem gleich nicht hm 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 Ach. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und ruhig. Weiß ja, wenn ich so ein, ich hauche, ja. Du ein paar Minuten, bitte. Äh. Ach. 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 Ich habe Glück gehabt. Wie komme ich hier raus? Äh. Ja, okay, warte. Aber das ist halt, ich dachte, dass die, dass sein Weg der richtige ist, aber okay. Okay. Das ist halt echt krank. Ich meine, der, der, der macht da tot und leiden tot und selbst wenn er den Leuten helfen wollte. der Sven, der ist trotzdem kein, der wird noch jemand verletzen. Kein, äh. Grund da Leute zu fordern. Ja. Ja, hier sind wir noch. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Wäre es lustig, wenn ich hier die, mein Messer in die Kehle rammen würde? Ja. Brauche ich ja noch. Ja. Brauche ich ja noch. Bewegung. Wenn sie entdeckt worden schlagen sie Haken oder klettern sie über. Ja. Ne, ich muss erst mit nach Masjaf. Okay. Also brauchen wir das nicht. Okay. Brauche ich das nicht normal machen. Okay. Aber komm. Machen wir. Dann reiten wir mal den Weg nach Masjaf zurück. Hab ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Weil ich immer die. Ich hab so'n die auch noch nie ausprobiert. Aber gut. Man muss also immer zurück reiten. Okay. Aber gut. Dann reiten wir halt mal zurück nach Masjaf. Ist ja auch mal okay, ne. Kann man ja auch mal machen. Ist jetzt zwar ein bisschen unnötig, weil dauert es noch nicht länger. Aber man kann ja mal den Weg auf sich nehmen, ne. Machen wir mal aus Spaß. Ein Assassinen erhalten. nicht der weg ist wichtig nimm mir rache gottes ok naja ok so lange dauert es aber auch nicht ist zwar ein kleiner umweg jetzt gewesen aber sehr schön aber ich bin mal gespannt wie sich das entwickelt ich meine beide haben jetzt sich jetzt ja sozusagen immer dafür ausgesprochen und wie könnt ihr und die frage sich auf wie kann das artefakt den leuten heilung geben weil wir wollen das artefakt ja auch haben ist dann in diesem selbe dann ist es ja eigentlich ein magisches artefakt sein dann müsste es ja sozusagen ein ein magisches artefakt sein um Prozent um Prozent der Heilung gewährleisten zu können oder überhaupt Heilung möglich zu machen einmal durch hier die richtig ganzer was going to the socks Okay, aber das ist nicht so. Die Assassin sind hier. Nice. Gucken, was passiert, wenn man zurückreitet, habe ich noch nie gemacht. Guck drauf irgendwas ist. Ob sich das lohnt? Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Füllen Sie Ihren Vorrat. Achso, ja, danke. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Ah, das ist ein Tipp, du. Puh, Mensch, Stärke. So, auf welches ist Ihr jetzt gekommen? Ah, wie so ein Messer ausgehen? Hier war gar kein Messer. Bekommen wir, bekommen wir bestimmt noch. Okay, zack. Zack. Hi. Was geht vor? Wovor läuft der davon? Boah, nichts. Alter, der läuft so, als Mr. Gas, Mr. Hartkacken. Guckt euch das an. Der läuft so, als hätte der hart, äh, als hätte der einfachen Otto. Alter, wie der läuft so. Und jetzt kommt denn die Scheiß schon aus dem Arsch rein. das ist eine komische laufanimation alter ich halte sich aus als ich ausstelle ich bin auf klo alter schwede die rücksichtslos so gut der fliegt doch vor etwas was geht vor wo vor läuft er davon oh der ist ja mit jemandem im gespräch bringt ihr neue kunde alter ihr gar nie von nablos ist tot ausgezeichnet wir hätten uns keinen besseren abschluss wünschen können und doch der doktor beharrte darauf dass seine arbeit gut war und rückblickend muss ich zugeben dass seine vermeintlichen opfer ihm sehr dankbar waren nicht alle aber genügend um bedenken zu wecken wie vermochte er feinde in freunde zu verwandeln ein guter führer findet einen weg das andere ihm folge leisten das macht sie zu führern wenn worte nicht helfen greifen sie zum gold wenn das nicht hilft greifen sie auf gemeinere mittel zurück bestechung drohungen und solcherlei kniffel es gibt pflanzen alter ihr kräuter aus fernen landen die einem mann die sinne vernebeln der genuss bringt solche freude dass mancher sich dadurch versklaven lässt dann glaubt ihr diese männer standen unter drogen rauschgift ja wenn es wirklich so war wie ihr sagtet kräuter scheint mir eine merkwürdige art der kontrolle unsere gegner haben mich desselben beschuldigt das versprechen des paradieses sie glauben es sei ein garten gefüllt mit frauen und freuden ich würde euch berauschen so wie garnier und euch mit diesen genüssen versuchen dann kennen sie die wahrheit nicht und so soll es auch sein aber wenn sie die wahrheit wüssten dass wir nur den frieden suchen dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen einfluss auf sie geht es ist zeit eure aufgabe fortzusetzen ihr habt einen weiteren rang zurückgewonnen und ein ausrüstungsstück wir sprechen uns wieder wenn der nächste gefallen ist ja stimmt der eine den einen hat er gerettet ok jetzt haben wir rempeln freigeschaltet ok stimmt den einen hat er gerettet ein typen da aber ich würde sagen wir machen jetzt hier ein kleines folgenpäuschen und mir auch irgendwie gerade ein bisschen die stimme verlässt würde ich sagen wir sind nächstes mal wieder dann gehen wir nach jerusalem und haut rein bis nächsten folgen bei rister geht es weiter wir sehen uns bis dann ciao